ja hallo hier ist Walle von Productions to take heute mache ich ein Gameplay über Need for Speedhard Pursuit welches Auto nehme ich denn mal sind alle recht anzutabel aus ich glaube ich mal den Mercedes den Schwarz sieht doch geil aus Lamborghini nehme ich nicht sind wie langweilig weil das jeder nimmt die Tipps sind echt das hätte ich jetzt nicht gedacht oder sie könnten mich von der Straße schubsen naja klar ich beschäft mich auch im ganzen Rennen nur um andere da zu schubsen und von der Bahn zu crashen da sind mir erstaunlich viele den Mercedes sehr heiß oder? aber wir haben alle den Mercedes sonst sieht das immer anders aus sonst haben wir immer alle den Lamborghini das sieht doch auch geil aus selber wie eine Reaktion das sieht nicht so übertrieben aus ach das sind Kilometer warte das ist doch mal grad ich will mal einen Binschatten fahren ne es gibt aber jetzt sieht es gerade recht gut aus manchmal ist es so dass die anderen die blöds die scheiß Internetleiter haben und da sehen die nicht so geil aus aber das geht eigentlich das ist nicht immer so aber da ist so ein klar zu machen und ich will nichts über meinen Namen sagen sehr einfallsreich 1 1 1 0 0 hat keiner fahr ich ja nicht mehr sonst will ich gerade nicht mehr treffs fahren und dann war auch noch ein Block gewerzt geht es weiter? ja ich dachte ey irgendwie fünfter aber schon mit ja aber jetzt will ich erst dann was mach ich hier ich weiß nicht sind Anfänger mit ag ... ... ... ... so wie schatz gewinnen sieht nicht geil aus jetzt hier hügelstart ruft die scheiße ist zu spät aufs bremsen gegangen er zieht mich irgendwas macht mehr an ich hab kein mitro ich bin voll am arsch die scheiß corvette überholt mich jetzt hier nicht ich bin echt ich mag ja manchmal ganz cool aussehen aber hab doch ich mal die verarbeitung angesehen jetzt fahr ich eigentlich mal das soll ein sportwagen sein jetzt hier nitro gegen gegen beinahe ey ich hab's klappt ich krieg's gar nicht mehr hin richtig auf dem bildschirm zu kommen ich guck hier mal schön auf mein mikro aber gewitter kacke ich bin irgendwann immer erster sieben sieben so ein nummernschild mach ich mir auch mal an kann ich keiner erkennen das weniger hey ich bratz hier irgendwie gegen jede scheiß kore oder hier ich bin jetzt bei nahe im fall und ach sch sch ich bekomme zwei gegenwünsche bei keinem bei nahe bei nahe im fall jetzt mit zwei geht so ne also dann das war mein gameplay bis zum nächsten mal und ciao 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 ciao